Hallo und herzlich willkommen bei CUD MW2. Wir machen jetzt 1 gegen 1 Kriegsgruben. Auf der Karte Rust bis 30. Und Lastkill hat 360. Mein Partner Pinky Brian und ich die Rotze. Also sein, sein Spitzname, Codename. Sein Account heißt die Rotze nur bei MW2. Da kann man ja nicht so mit seinem Account anmelden. Wir machen so allgemein auch andere COD-Videos. Also wir wollten jetzt nur anfangen mit 1 gegen 1 Kriegsgruben. Und dann machen wir Eger aber noch. Egal. Lasst euch überrascheln. Viel Spaß beim Gameplay. Wir werden auch so ein bisschen reden, aber nicht so ultra viel. Ja, mein Kollege, der Pinky Brian, der ist etwas gut in Kriegsgruben. Ja, ich kann das schon von den anderen. Also der spielt das länger als ich. Aber zum Beispiel jetzt so, zum Beispiel jetzt einfach nur 1 gegen 1 mit auch MPs bin ich normalerweise eigentlich. Kommt drauf an, ob ich guten Tag habe oder nicht. Also bei MW2 ist ja eigentlich richtig gut, aber so quicks go. Also nicht über ein things go. Ich bin eh nicht. also darunter gefallen so dass man der Säger und wir feiern beste ich glaube so machen dass man kurz ein paar ja hier ist es das war jetzt locker ja und haben gewünschen wer von lauter spielst du wirst ich bin grad auf level 5 war wir das doch nicht so lange spiel wir spielen aber auch ich bin er so viel zweifel haben wir auch also mein Kollege ich will nicht wollen weil meine Pläne ist in der Arsch ich habe kein Virus drauf das gibt ich da nicht ha 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 das war noch so naja dort ist eigentlich auch erlaubt das ist nur so Janusko von die meisten können uns wahrscheinlich die meisten kennen mit das war auf dem Kopfdorst eigentlich also extra Nostrum ist eigentlich wenn man mal Nostrum ist ich hätte sie so wenn man es heute hat es wird dann dann machen wir immer mit Freikirchen und das Absicht nicht heute wenn ich es sagen darf ist unser Hals erstes Video deswegen ist noch ein Fingern bitte verzeiht uns das war geil oder ich gebe jetzt schon zum zweiten Mal selbst das geht nicht weiter sache mal es geht so nie weiter vielleicht lernen wir heute auch noch ein zum Beispiel die Lager auf jeden Fall Zombie ich denke mal so wie sind wir eigentlich relativ gut und wir wissen nicht ob wir heute noch ein wir haben das erste und noch ein zweites ob wir zum Beispiel oder um vielleicht speziell speziell heißen wir haben wir es noch nicht um um zum von der Anzeige vor dass es gar nicht aber ich denke wir werden auch von m3 und so was halt machen auf jeden Fall werden wir uns mal 20 Jürgen verraten das war 1 gegen 1 2 für alle aber kein Kriegsdorf unsere 2 zu geben wir reden noch unter 2 ein spezieller Halt oder also ja so ich habe mich davon verletzt oder doch vielleicht auch ein 1 2 die Beobachtung wer schon nicht ich hab doch auch ohne beruf besser raus ja also es wäre erlaubt wenn ich gebunden werde wirst du auch scheiße das ist jetzt machen ich hab noch nie ja sind und selbst gekült Weil ich brauch die Munde. Ja, und äh... Nein, oh, ich muss nicht machen. So, ich hab immer wieder fünf Kids. Ist doch fünf Anfänger. Sehr gut. Gerade sind andere auch, ne? Nein, englisch. Oh, sorry. Da hab ich mir grad... Und halt blendend. Oh! What the fuck? Nein, ich muss nur die Grammatik. Ja, die sind reinlaufen. Ich muss gleich, äh, äh... Beziehungsweise irgendein Trickshot. Äh... So. Und cool. So, jetzt muss ich... Ah, wir machen uns 30, hab vergessen. Jo, du hast noch fünf Kids. Und... Ach, äh... Ja, wo ich hab... Ja, Fingerfertigkeit. Ich hab was bei mir. Ich hab was bei mir. Ich hab immer einen Kampfhubschrauber. Ich hab immer einen Kampfhubschrauber. Halleluja, fuck you bitch. Ich hab immer den Kampfhubschrauber. Ich hab immer den Kampfhubschrauber. Ja, das kann ich dir nicht jammern. Da... Ich hab's da. Ich hab's da. Das hab's da. Ich hab's da. Ich hab's da. von den 6 Kills waren zweimal Selbstmord für mich ja fuck you bitch Stütze ab ich will endlich auf die weg boah was sind feige wie würde ich sein und deine Fresse Mamma Mia Halleluja okay das war zwar voll kein Headshot aber eh alles verstecken nein genau wenn ich immer nennen was geht Du Arsch! Hey Leute, es geht eine halbe Minute weiter, oder in einer Minute. Ich muss mal ganz kurz aufs Toilette. Oh, ich habe ihn noch etwas getrunken. Also, wir werden wahrscheinlich auch mit meinem Kollegen, wenn wir wahrscheinlich auch ein Special hinlegen. Ja, und wenn dann vielleicht ein Special hinlegen. Und, ja. Ja, Leute, was geht? Ich bin wieder da. Jo, die Piggy Brain ist wieder da. Jetzt kann es weitergehen. Nein, ich gebe mir so, Alter, ich schwöre, meine Mutter. Wer denkt, Alter. Wer hätte klappt? Ne, ich schwöre, ich hätte so gelacht und gehalten. Und, ja, ich hab's mit dem. Oh, alles noch von Neubauk. Hartzkoff. Hartzkoff, hartzkoff, ja, alle gesehen, hartzkoff. Ja, mit Angst. Deine Schmarrockzah! Dein Ernst?! Hä?! Hä!? Hä?! Äh.... I'm sorry! Das war jetzt nicht grade so nett! Okay, auf jeden Fall Freikirp?! Na! I believe Iike wei! Du, das war auch schon Freikirp! Guck mal auf meine Punkte! Ich hab das Kürbier dabei, aber Yolo! ich werde es geht jetzt so weiter bis du auch das können oder ich kann er sein das war auch schon die zu viel ist bei uns war jetzt in der Auffassung es ist oder es ist sind sie in der er im Bauern er verkackt haben sich aber nicht so dass auf jeden Fall freigelt es ist schon mal so mehr klar wir machen das nicht überrunden das werden Ah, jetzt kriegt der Vogel tief Jetzt er kriegt ne Nuke Das wärs Was ist das? Das Ah, sehr interessant Das glaub ich mit deiner Klasse Mit einer sehr hartem Stole Ah, hier, na, warte Geweck, geweck Ich glaub ich noch gequält hast Ich brauch dir mein Tomahawk Also mein Wurf ab Wenn man rufen ist Ich bin so ein B02 und so gewinnt Und deswegen sag ich mal Tomahawk Dann Schöner Selbstmord muss ich immer sagen Ich schieße die Arme an die Erzeuger Geil Oh, jo, ich bin gelang Er dachte so, ich bin noch nicht er gönnt sich jetzt noch so ganz klar naja okay eigentlich bin ich bei B.O. 2 relativ auch gut eigentlich m sorry du hast noch egal das war jetzt der beste Kill ever guckt ihn euch an guckt ihn euch an ergibt sich selbstmord der beste Kill ever ja okay okay dann abonniert das Video und Peace